die sind doch mann 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 so so wie wie macht man sich denn überhaupt heil ich habe überhaupt kein verbandsmaterial und nix was das denn da was leid ich bin ja hilfe aber ganz ehrlich ich kann euch nicht helfen aber es scheint schon mal welche gewesen zu sein aber immer der falsche knopf ist so doof hier ich werde jetzt erstmal Kartoffeln essen und gucken ob ich darf und irgendwie jetzt eine Kartoffel sind die jetzt noch gefeiert oder ey wo sind die Kartoffeln oh mein Gott und das ist irgendwie nicht unbedingt der beste Start potato reingezwitchert ganz ehrlich ich bleibe erstmal auf dieser Insel falls ich überhaupt überleben werde ich noch ein bisschen wasser können wir auch trinken und wie geht es uns jetzt ziemlich kacke wir haben keinen Durst wir haben minimal Hunger wir sind extrem verletzt wir waren eigentlich kurz vor Tod und ich glaube das wird die Heimatinsel weil wer will denn da noch mal wieder raus ganz ehrlich wer will da noch mal wieder raus also ich nicht Mist wo soll ich mich denn verbinden ich habe überhaupt keine Ahnung wie ich mich verbinden kann oder 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 heilen irgendwie oder was weiß ich das mache ich doch nicht mal lange so was ist doch nicht normal hier auf der ich habe gar keine Ahnung hier auf der Insel ist allerdings wenn hier wenigstens eine Kiste wäre mit was weiß ich oder Bandsmaterial oder oder Ah Potatoes so gut wieder eine Ah hier sind wenigstens zwei Rospon Oh hier ist noch eine der Tagung gibt es hier ja gut aber natürlich werde ich noch eine der Tagung essen äh jetzt habe ich das Taschenmesser geschmissen ja gut Taschenmesser erstmal wieder mitnehmen die beiden auch so Hunger müsste jetzt auch gestillt sein ne ja ja ich muss erstmal rausfinden wie wir uns heilen können ich werde erstmal alles hier hinschmeißen bis wir sie mit haben und das hier sammeln ich hab's voll drauf mit der Steuerung ey so die Lashings auch noch hier komm das Wasser auch da na das haut natürlich ab aber bleibt der Regen gut Alter was ist das denn da gibt's doch garantiert Verbandszeug ist das eine Ölboa Insel oder was da müssen wir hin ey wie geil ist das denn wie geil ist das denn ich weiß nicht ich hoffe wir verlieren nicht noch mehr äh ja Gesundheit dadurch dass wir uns jetzt nicht heilen da ist natürlich dieser eine von diesen scheiß Wechseln wieder ich bin echt heilfroh dass wir es überhaupt noch bis hierher geschafft haben also ich hab da schon nicht mehr dran gedacht ich hab alter einfach alter ja gut auch nicht wegschmeißen ey das dauert wohl noch ein bisschen bis ich die Steuerung richtig gut drauf hab ja gut Lashings ich glaub wir können uns denn vielleicht ein Bett bauen schonmal da bin ich der Meinung dass das sechs Lashings kostet oder? hat mir hier nicht die Kartoffel tatsächlich ich hab grad ne Kartoffel gekriegt eine muss hier dann ja immer noch sein tatsächlich da ja das oh die Uhr piept ich weiß nicht was das heißen soll wahrscheinlich wegen Gesundheit oder? na jetzt da in der Ecke nochmal gucken ich hab eben zwar rumgeguckt aber keine Sachen abgenommen das Spring ist auch lustig gut ja gut ich will nicht den Stein ah kann ich schon nicht mehr mit dem okay wieso piept die Uhr? einfach nur weil wir schlecht drauf sind? ach so 18 Uhr ist glaub es wird bald dunkel ah es wird dunkel alles klar ok zurück auf die andere Seite wo unsere Sachen liegen vielleicht können wir uns im Bett draften äh ne Nacht schlafen und vielleicht gehts uns dann ja schon wieder besser oder? ich schmeiß das mal einfach dazu ah ne das nicht aber die Steine zum Beispiel und die anderen Lashings und und hier ist noch ein Stick und hier sind noch noch vier Sticks Fischfalle Campfeuer Hammer Axt ah mach mal ne Axt fertig ah Mist wie mach ich denn im Bett? ah Palmspons brauche ich noch für ein Bett ne? klar logisch gut gut dann hauen wir erstmal ne Palme runter und nimm davon erstmal ah Kokosnüste das ist super komm mal mit hier wir werden hier Wasserhacken da will ich ganz möglichst weit weg die Kokosnüste gleich einsacken die sind aufrechtlich so erstmal die Palmspons ich weiß gar nicht wie viele Palmspons braucht man denn? das Bett ist aber erstmal wichtig oder? und dann kann man wenigstens schlafen bis es wieder hell ist die Uhr piept immer noch so Palmspons nicht die jetzt darauf schmeiß ach doch nicht die Axt komm schon ich strecke hier mal ein bisschen mehr an Brüder ähm die Palmspons da hin und dann geht auf ein Bett klar so da ist schon mal ein Bett und was kriegen wir da jetzt noch raus? natürlich nicht mehr viel weil wir ja weil wir ja keine Stars mehr haben machen wir uns schon mal schnell vier Stück wir kriegen dann noch ein Feuer raus oder? das war natürlich eine sehr kleine kleine ne und das ist das und das ist das ist das stirbt uns hier und vielleicht können wir uns auch schon gleich nochmal ein Hammer craften dann haben wir den auch schon dann haben wir den auch schon hier schmeißen wir einfach immer meine Sachen hin die zum craften gut sind so und alles andere und alles andere kommt erstmal hier der Hammer zum Beispiel die Wolke das Messer brauche ich jetzt auch nicht mehr ich habe jetzt ja eine Axt das das hier brauche ich auch auf jeden Fall gar nicht aber das ist schön ein bisschen ah das liegt jetzt genau auf dem Messer dann sieht man das nicht mehr das schon jetzt nicht so ganz gut so Feuer gibt es aber gut Feuer ich habe zwar jetzt ein Kämpfeier gebastelt aber ich will das ja eigentlich gar nicht anziehen so muss ich jetzt essen ja zwei Kartoffeln können wir uns nochmal reinhauen das ist so gut hey ich habe schon wieder zweiten Balken der Sonnzeit das heißt mit der Zeit heilt alle Wunden, wa? alles klar